es werden alle fans und abonnenten wow shows übertreibt wo sie sich unten im chatte ich habe ein teamstück neben mir da am laufen sie ist alle werden zu fans und abonnenten hinzugefügt diese diese eigenen die das noch nicht drauf haben kann man das nicht irgendwie einstellen dass es automatisch geht herr kann man einstellen alle die neu join können einfach die höchste gruppe kriegen also einzustellen er hätte schon längst eingestellt ist bei dem anderen auch wenn die neu sind da muss auch immer noch per hand die leute als zivilisten machen sonst können die nicht nicht an schubsen und anschreiben nicht in irgendein bereich reingehen wo die halt bereich und neue leute da rein betteln die mal ich bin auch kein zivilist sehr schön wenn juckt ja ja ich habe das ja auch wenn man abonnent ja aber ich nicht das ist geil auch schon soll das auch ich nicht so dass den heißen brauchst du nicht kenne ich nicht wer ist das meine ich ist das kenne ich nicht war aber nicht nein ich musste mich heute schrottlachen wo die ganzen kühe in die stadt reingeballert hat voll unsinn wer selbst das war doch nicht heute im video ja ich habe das heute angeguckt mensch ich hatte heute ich wusste nicht was ich machen sollte den ganzen tag da ja von gemless pay und zombie ja nichts mehr kommt ne ja da die doch schon raus sind das ging doch ganz schön schnell ne mhm soll er mit der 1.8 jetzt wieder neu kommen ja sag du zumindest selbst da im letzten video dass sie zur 1.8 eigentlich mal der von waro jetzt blp ich weiß nicht sind die nicht schon raus oder so oder ja ja die sind doch kommen ja jetzt bekommt das video wo die farks sind die beiden wo die kars-crafter es können noch nicht mehr viele da sein nö es sind noch nicht mehr so viele glaub ich er kann sie auch durch ein petrich töten lassen ohne witz mhm nein nein er ist voll durcheinander gewesen in dem moment mhm er hat ja dieses letzte da dieses analyse analyse gemacht ja ich glaub ich war auch verreckt war jetzt so durcheinander gewesen ja aber ich glaub ich war aber auch eher abgehauen ganz schnell er hat ja gesagt er hätte ja abhauen können ja aber nein er musste diesen block ja unbedingt zerstören mhm ja aber wenn er Lava-Eimer gehabt hätte Petrit war ja im Loch drin den hätt er so schön anzünden können mhm er hätte allgemein einfach den Lava-Eimer setzen können aber trotzdem Petrit ist sowieso verheftig da drin ja boah wie die kommentare wieder wie elener hacker ja hab ich gelesen wie läuft der manne ach kiddies kiddies ja da hast du ja gehört er passt so nix gegen ihn kiddies kiddies die kiddies wieder ab ja kiddies so das kiddies ich will auch hater ich hatte ja schon mal hater aber er schreibt unter meine kommentare nicht mehr ich hab den glaub ich weggeekelt ich hab gesagt naja mach ich weiter interessiert mich sowieso nicht ja ja ich hab bei eingeschrieben schön für dich das sind Eisbacken ja gib mir nen scheißdruck was die da schreiben ehrlich 8 minuten noch ja ja ich hab da wieder um 24 gestartet gemacht ja ja wir können ne puzzle challenge machen ein ganz einfaches game erstmal ne puzzle challenge ahja ja weiß ich doch nicht hahaha haha 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 ok ich weiß und ich hab sex sehen dann auch ja ja aha 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 warte mal hier das dachte man doch das kann ich eigentlich hier machen oder nein kannst du nicht doch doch kannst du gar nicht ooooh kannst du gar nicht kannst du gar nicht ooooh lalalala lala so wo ist denn hier die Mitte da also langsam kommen wir auch hier dem Ende ne wie bei dem Projekt hier man merkt's ja oder nicht so ich glaub ich werd das auch nicht fertig machen mit meinem Lagersystem da quasi geht schon doch das schaffst du weiß ich nicht weiß ich nicht kann doch nicht mehr viel sein oder doch noch auch eigentlich nur noch die ganzen Items reinstecken rein tun wo die rein sollen das andere ist ja schon alles drin warum machst du es dann nicht also nicht bist du faul für ne ja mhm schon fast gedacht ja ist auch so so viel Arbeit ja ist klar ja ist klar hättest doch das ME System machen können hätte ich auch weil das stimmt nein 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 Centus doch 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 vielleicht was soll man mit dir machen unglaublich warum be 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 be... Masa haas Glas? mhm viel Glas haben laufen produziert schon jo ne ganze zeit aber die Stacks sind schon weg wie ist alles rausgenommen oder hat nein ich meine ich dabei hatte ich lasse dabei alle ist sechs war noch so zu anfang ach so jetzt sind produzierende aber noch das ist unten ich bin aber schneller da das geht die politik jetzt einfach mal mit jetzt einfach mal ausstellen könnte übertreibst du auch noch was machst du denn da muss sie und warum das klick lassen mit 222 das habe ich da nicht eingetan ich wollte eigentlich nur die ersten beiden reihen machen ich weiß nämlich nicht wie viel das produziert das ist schon wieder nein die panels nehme ich schon mal mit ach weißt du was hier so ich karte jetzt hier viele sticks habe ich ich habe hier noch goldblöcke goldblöcke können hier rein die panels können hier rein die fußtags sind auch ganz schnell hier wieder ich komme gleich bei dir noch mal vorbeigucken aber das werden nämlich keine kleinen fenster deswegen man soll da ja auch ordentlich reingucken können leck 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 boi wo willst du mich verarschen schon wieder alles voller monster hier du bist ja dies bei mir auch immer in der unteren etage auf jeden fall ein davon ein davon was haben wir noch da ist das das bodumsche skelett kass mich jetzt mal runter so ist hier noch ein stickball nein ich sterb da unten einmal da da nein das war noch nicht passend boi hier siegen zombies kiss euch ich brauche nur noch die letzten aus bei mir na kommt bodumsche spinne ich bei mir irgendwo irgendwo boi du scheiße glatt verpiss dich meine fasziniermann aber auch die eier mir g wer d durch da looks um und durch ja ist klar glück geht haben das nicht kaputt beim aufbauen das ist ein richtiger jackpot für dich wo ich mich immer so gerne verbauen ja genau deswegen ja es ist soweit einen knall einen knall ich muss anders texture pack wählen beim nächsten mal wolltest du nicht noch mal herkommen gucken ja ich komme jetzt noch mal so gucken wo es eigentlich schon man ja 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 bei mir spannen auch schon die ganzen strahlen wiederum mir die zwölfte vielleicht geht schon ab jetzt gehen die wieder durch und gleich später wiederum jetzt auch so schlicht total ich habe ja kein direktes portal leider macht nicht noch nicht so ich bin irgendwo hier in meinem revier meteorik gerade wie ein kleiner das ding hat die kugeln losgeschossen okay aber nur drei von vier erwarte mal siehst du dass immer gerade eine kugel seitwärts hochgegangen ich sehe nichts wo ist das für eine geile spinne ja du bist auch blind naja jetzt nicht mehr ach sie ist tot naja hat voll leiser geworden zack nicht da wo im tier ist ja guck mal hier sind irgendwo metroiden in irgendwelchen richtungen guck mal wie die verteilt verteilen sich die dinge krachen ein paar metroiden ein paar kleine deswegen ist das ich habe mich immer schon gewundert ja das hat auf jeden fall was was jetzt überall glasscheiben reinmachen oh ja alter wie viele kommen jetzt hier runter wie weiß nicht ein ein straten das ist ein hau mein hauenpunkt ich weiß nicht wo hoch der eingestellt ist ach das sind die sind abgerissen und da ist einer der darauf aktiv ist naja naja ne das sind wenn die metroiden kommen dann ist das da aber da müssen aber ganz schön viele kommen ne ne die kommen jetzt so lange bis die dinger kaputt sind mhm oder bis sie auftreffen ja zumindest kam ja keine helio kitty warnung komischerweise ja brauch auch nicht so accentus ich glaube willst du noch das fenster da vielleicht machen ja ja hier oben was denn du hast ein schaden nur eins danke ja machst du dann so alles so eine kuppel mäßig noch drüber oder was ne ich wollte das so ein bisschen höher setzen dann gucken wie das sieht wenn ich das vielleicht ein bisschen nach außen setze und dann dass ich ein bisschen höher und dann wieder nach oben dann zusammen geht du hast eine lange weile ja ich weiß danke bitte na gut leute dann würden wir sagen bis zum nächsten mal beim big club projekt ja und tschüss und und habe sie nicht vergessen tschüss 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 Vielen Dank.